Was ist das Thema der gegenwärtigen Ausstellung im Kunsthaus hier in Graz? Auf die Politik referiert und reagiert und Politik benötigte schon immer die Künste. Dieses Verhältnis ist indes keineswegs ein freundschaftliches, ausgewogenes und zugewandtes, sondern sehr viel eher und interessanterweise verhalten sich Kunst und Politik in ihrer Geschichte in einer unerhörten Rivalität. Diese Rivalität liegt darum begründet, dass unter anderem sowohl die Kunst als auch die Politik ihre Motive sucht, findet, darstellt und gesellschaftswirkend eingreifen will in vorhandene Strukturen der Kultur. Sowohl Politik als auch Kunst verweisen auf den Kern dessen, was eine Nation, was eine Kultur eigentlich ausmacht. Im Hinblick auf die gegenwärtige Ausstellung, die sich auf die Jahre seit 1960 bezieht, ist es dieses Thema noch mal wichtiger geworden. Denn nicht nur durch den Kalten Krieg und die damit zusammenhängenden politischen Maßnahmen waren Künstler immer wieder gefordert, politisch Stellung zu nehmen und sollten auch politisch Stellung nehmen. Wir wissen etwa, dass es zum guten Tun vieler Politiker gehört, Künstler und kulturelle, Intellektuelle immer wieder einzuladen, um ihrer Politik mehr Gewicht zu geben, sondern Politik wurde zum Mittel für die Künste. Das bedeutet, dass Künstler sich selbst damit in eine Tradition stellten, die auch durchaus in engem Verhältnis zur Politik zu sehen ist, aber weit darüber hinaus geht. Und das ist etwa der Künstler als Zeuge. Das fängt ganz harmlos an mit der Historienmalerei, die natürlich als Historienmalerei politisch intendiert ist. Wir wissen, dass Künstler als Zeugen herangezogen wurden, um eben vor der Erfindung der Fotografie und des Films kriegerische Maßnahmen ihrer Helden und ihrer Verlierer zu malen und zu zeichnen. Seit den 1960er Jahren, nicht nur, aber auch durch den Einsatz der Fotografie und des Videos, wurde dieses Verhältnis nochmals intensiviert. Kunst ist Politik und Politik wird zur Kunst. Geradezu ununterscheidbar werden diese beiden Bereiche mitunter durch Kunstformen, die die Kunst in das Leben holen wollen oder auch das Leben zur Kunst machen. Künstler verstehen ihre eigenen Haltungen als explizite Stellungnahme zu gesellschaftlichen Verhältnissen, weil sie ihre eigene Position ernst nehmen, als Mahner, als Aufmerksammacher, durchaus aber auch als Intervention, das heißt einzugreifen in bestehende Verhältnisse und aufzumerken. Darüber dies und dies ist eine globale Entwicklung. Wir kennen das aus Österreich mit der ebenso berühmten wie berüchtigten Arbeit von Christoph Schlingensief. Sie müssen Österreich lieben, wo er Asylbewerber scheinbar in einen Container Big Brother gleich gebracht hat und man abstimmen durfte, welcher Kandidat den Container zu verlassen hatte und damit Österreich zu verlassen hatte. Christoph Schlingensief hat das Ganze auch auf der Documenta 10 gemacht und hat ganz Deutschland bewegt mit dem Aufruf, tötet Helmut Kohl. Gleichermaßen kennen wir Kunst als Politik, die sehr sensibel auf bestehende Verhältnisse hinweist, wie etwa Hans Hake, indem er in den Vereinigten Staaten von Amerika mit scheinbar unwichtigen Fotografien auf ein brisantes Detail hinweist. In einer Millionenstadt wie New York ist nichts so teuer wie der Boden selbst, auf dem man steht. Und Hans Hake hat mit seiner künstlerischen Arbeit die kritische Frage gestellt, wem gehört denn eigentlich der Grund zwischen zwei Häusern und damit den Real Estate Markt nachhaltig erschüttert. Der Künstler Gordon Mutter Clark, der auch in der Ausstellung vertreten ist, zeigt mit Fenstern, die er einschießt im Gewehr, wie brisant die Situation in der Bronx ist, was es bedeutet dort zu leben. Hans Hake wiederum bepflanzt den Deutschen Bundestag in Berlin mit Gras, das er einer Schrift gleich in einen Innenhof gebracht hat und dort steht der Bevölkerung. Auch das ein politisches Kunstwerk. Mehr denn je sind Kunst und Politik heute eng miteinander verbunden. Zum einen, weil Politiker Künstler durchaus einladen, um ihre Politik zu unterstreichen, auch wenn den Einladungen nicht immer gefolgt wird. Vielmehr jedoch verstehen Künstler ihre Arbeiten als expletiten Bezug zur aktuellen Politik, greifen damit Tendenzen auf, die wir aus der Kunstgeschichte lange kennen, das Mahnen, das Verwalten, der Zeitzeuge sein. Eine Arbeit etwa, die an Erinnerungskulturen herangreift, auch das ist Politik. Denken wir etwa an die Arbeiten von Christian Boltanski, mit denen er an eine jüdische Bevölkerung erinnert, die durch den Holocaust nicht mehr existiert. All diese Bereiche fallen in dieses große Terrain von Kunst und Politik. Es wird begleitet von Kunstformen, die sich aktionistisch darstellen, wie dem Happening und dem Fluxus und der Body Art. Es wird begleitet von Arbeiten, die sich dokumentierend verstehen. Das ist der Bereich der Fotografie und des Films. Und es findet sich dieses Verhältnis in Arbeiten, die wie kaum eine andere die Grenzen zwischen den Künsten verwischen. Das wäre die Performanceart, die sich dann dem Theater annähert und das Verhältnis von Kunst und Politik zur Bühne macht. Mehr denn je also sind seit 1960 durch die Tendenzen in den Künsten selbst, aber auch durch die weltpolitische Situation vom Kalten Krieg zur Wiedervereinigung Deutschlands zu komplett veränderten Machtverhältnissen in der Welt, etwa durch den asiatischen Raum, Künste gefordert, eine Stellungnahme zur Politik zu entwickeln. Und Politik bezieht sich mehr als je zuvor auf die Künste, um ein kritisches Instrumentarium an der Hand zu haben.